willkommen zur ersten folge der unorthodoxen lernmittel wie angekündigt wird es in der ersten folge um karteikarten handeln gehen zum karteikarten gehen zum beispiel solche oder solche und auch um solche so das sind die größenverhältnisse fangen wir mit den kleinsten an ihr könnt das vielleicht ihr sitzt in der u-bahn oder euch ist ultra langweilig in der u-bahn oder im bus oder im zug oder weißt egal wo ihr habt eine stunde fahrt oder eine halbe oder drei das kann auch eine busreise sein oder flugreise wo auch immer ihr habt zeit und müsst warten und das hier ist das heilmittel gegen langeweile 3 x 5 cm ungefähr hier estnisch apfel ich weiß nicht ob man es lesen kann der apfel die äpfel also normalerweise ja wenn ich sie kaufe dann schauen sie so aus also zum weiß isa 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 oder isa 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 vater und man kann sie natürlich wenn man zeit und nerven dafür hat bekleben mit farben dann merkt man sie sich normalerweise leichter schauen wir also so aus wenn sie neu sind ja karteikarten 200 stück für circa was war das 150 weiter geht's mit den mit der mittleren größe ich habe hier russische russische weiheitszeichen regeln regeln für ihr oder hier für oder und so weiter und so fort ja passt alles schon drauf kann auch ruhig grammatikalische regeln drauf schreiben auf die kleinen würde ich empfehlen so maximal drei vokabeln wobei eins optimal ist finde ich seine vokabel ist optimal also man schreibt sie in der sprache die man lernen will schreibt man sie mit verschiedenen zusätzen drauf ja geschlecht oder verschiedene formen nominativ genitiv akkusativ von was halt immer was abgeleitet werden muss in der sprache und so weiter hier passt eben wie gesagt ein bisschen mehr drauf hier haben wir auch ein bisschen gebärden und ja die größte größe die maximale größe also da passt ein dutzend vokabeln auf jede seite drauf mindestens ja man kann da drauf quetschen was man will auch irgendwelche nicht sprachlichen inhalte für die prüfung sehr zu empfehlen so drei fächersystem schönen estnischen farben ihr lernt ein neuer vokabel kommt ins erste fach ihr fragt euch selber aus oder lasst euch ausfragen wenn ihr es gewusst habt was es heißt oder euch merken konnte drei einfach ins zweite fach wenn nicht kommt bleibt zum ersten fach angenommen ihr habt es gewusst ja fragt euch wieder aus ein zweites mal gewusst kommt ins dritte fach wenn nicht kommt ins erste fach zurück ja und so könnt ihr es dann dreimal machen wenn ihr es gewusst habt Adapter legen ähm hat sich bis jetzt als ähm empfehlenswert erwiesen diese lernmethode ja ich bin eigentlich schon fertig ähm bleibt mir gewogen bis zum nächsten mal und ich hoffe ihr könnt das umsetzen danke fürs zuschauen Ahoi